aber ich will hier mal irgendwie üben lass den hier verrecken was für ein Dino er kann neue Steine abmachen da ist ja alles drinnen rumgegeiert ich mach das gerade alles selber ich brauch nur sehr viel essen ganzes essen wegfuttern das kommt ganz viel holz ich mache gleich eine angola ich mache draußen in den Schränken wieder holz rein nach und struft kaputt ja schlöcher kaputt gemacht alter wie viele viele hier im Wasser rumkimmeln stein ist eigentlich da ich habe jetzt schon wieder 20 40 60 80 100 mal fisch schon wieder rausgeholt ich kann jetzt schlöcher ich bin ich bin ich bin ohnehin aber für mich war hier steckt dann ist wieder so ein riesen code schmeißer fideos wenn das mit töten ich habe jetzt erstmal ein paar standfahrten aufgestellt habe ich auch weiß wo es im donklen ganz geht das ist ein Wettel ab also am wichtigsten ist jetzt holz ja ja erst mal holz wir haben ja keins wie es gibt sogar kleine bäume die kann man sogar fällen ich habe mit einem schuss so ein fluggenau getötet ist ja interessant ich sehe direkt von der ruine hat die hier schon geblendert oder was ist ich komme gerade von rohler xp ja ja ich habe gerade fies viel getötet ich gehe mal bären sammeln was hast du jetzt schon wieder gemacht ne ne ich bin gerade in die nur die arme gelaufen auf einmal stand ich an seinem schwanz da habe ich jetzt so ein riesen code schmeißer dino ja der tötet mich noch wieder ich habe angst ich will mich nicht mit ihm anlegen ob die fähler nicht mehr warum wir die hin sind gut ein bei euch dran schuld gebe ich zu aber auch nur weil er mich so lange beschützt hat bis ich wieder aufgewacht bin nachdem die riesenstadt mich betäubt hatte die schlange sind richtig ätzend man muss über diese schlechten dabei haben so mit sich als die nur verfolgt mich wo er es nicht muss ich habe oh shit der knochenbuch hey komm mal ich bin gerade sie runtergefallen der ist da oben links deswegen wird er runter gesprungen an dem man schlagen kann ich wollte nur sagen ich stehe mir gerade nebenbei noch schon drei leute am zuschauen und du auch ich mobb dich so lange bist du in rente gehst dann mache ich mit ich gehe ein paar jahren in rente ist ja ich merke schon das mal lieber als alami der typ der deutsche zwei hat er kann kein deutsch stellen wir den mal dahin wirst du denn überhaupt über die insel in den bach ich bin jetzt den bach lang ja mit am see bist du das ist überladen weil ich es nicht bin laut fahrzeug hat schon wieder im dino gefunden und ich bin jetzt an dem wasserfall da vorbei ja richtig und da bist du oben bei unserem see auf die nötigen teile für hast du dich festgepackt oder was und oben bei den felsen ist aber kein neues machen siehst du mich so ganz oben bei den felsen ist das schon so ein gehege von irgendwelchen anderen leuten sollten mal zusammen rumziehen gewicht wo soll ich die nahgruppe sagen ja da bist du ja da bist du Um die Ecke. Wie findet man hier überhaupt irgendwas? Ja, jetzt habe ich es doch gesehen. So. Habe ich. Zu fliegen? Kannst du, kommst du gar nicht. Sollt vielleicht mal dein Gewicht leveln. Und dann wird der Gewicht. Futter weiter, Futter weiter. Du musst diese Scheiß viel mal mit seinem Schwanz in die Fresse hauen. Ja, natürlich. Ja, was geht's doch. Weil er hässlich ist. Nicht genial. Gibt alles. Ne, meine ab. Wer war, als ob ich mit Arbelig spüren würde. Ja, ich wollte es gerade sagen. Irgendwie, er fällt. Ich wollte euch jetzt zeigen, wie ihr es mal gespielt. Die zwei Vollsparten. Letzte Zeit nicht mehr so viel mit Mike. Ja, das macht es momentan auch gerade ein wirkliches Haus. Ich bin überladen und gehe gerade, denke ich, das macht auch ganz Spaß. Man muss jetzt nicht. Sind bald wieder zu schön. Ach, was mir auch vollkommen egal. Ja, greif mich an. Hallo, wo ist mir mehr? Was willst du denn? Was willst du denn? Fisch dich, ich fisch dich. Fisch dich. Du kommst denn jetzt das Holz dann rein, in welchen Schrank? Ich hab's am ersten Tag. Okay, dann tun wir's draußen mal. Hier eine Negerfrau, gehen wir aus dem Weg. Was hat Fisch da rein? Fisch will da nicht Platz finden. Fisch, ich fisch dich, ich fisch dich, ich fisch dich. Und das ist ja auch schon nur zum Stopp. Wie viel Holz haben wir jetzt? 300 oder so. Das Refreskiste ist schon voll. Ich guck gerade im Schrank rein, und da sehe ich jetzt schon 600. Wir haben keine Holzmeere. Wir haben gerade gewusst. Ja, das habe ich gerade. in den 20 mal und her gelaufen ja gut haben wir jetzt erstmal wieder holz das sind wir bei 900 bis 1000 so gut so ein scheiß wochen schittin wo kriegt man denn nur scheiß schittin das ficht was ich am strand vorhin verprügelt habe aber bin gestorben also verprügelt habe dann aber gestorben die krabbelviecher sind die höchsten trägt über die fische flasche dass die schlange ist gestorben so einmal holen gibt es anzerkampfer von deutschland als wichtig dass ein bücher zu neige weil ich ganz gern glücke das überladen letztlich doch mit b ich habe gerade musik also ich hätte gestern muss wahrscheinlich ist mittag geworden also metall haben wir jetzt auch nicht so wenn diese kleinen steine die hier im wasser überall rumliegen geben auch ordentlich metall ab so erst mal schön im teebecken die leute die hier schlafen die hier schlafen ich habe noch einmal 100 12 heute mitgebracht jetzt muss man eine wasserflasche wieder aufbüllen dann wird jetzt hier mal ein hackt mehr angehoben wo ist das holz hier nochmal? wo habt ihr das holz hingefahren? draußen äh ich habe das ganze nicht draußen draußen outside the window da haben wir noch 200 rohls für den goder er kommt schon wieder das erste fiel jetzt kommen wir hier am wasserrand vielleicht immer schön töten ich denke schon wieder so ein kurschmeißer wie da habe ich nochmal shit happens es die ist heiß, du hast keine Ausdauer, die ist heiß ich hab mal einen Fronfisch wieder geholt Gehe nach Nonnen oh hier ist wieder so ein Dopulus, wie heißt das Vieh, mit den Hörnern kriegt sich doch keine Ahnung wie das Vieh heißt